Daniel Ude, Abwehrspieler. Ude, 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 Ude! Ja! Moin, ich bin Jonas, Flügelflitzer und extrem untertrainiert aktuell. Den weiß ich uns mehr. Das ist stark. Du kriegst ja das Ding aus Racken. Specken wir dich! Mein Name ist Wajonam. Mein Spitzname ist Arab. Ich spiele für mich als rechtes Mittelfeld. Und Fußball ist mein Band. Mein Name ist Alex Brima. Ich spiele im Mittelfeld. Die Frösche sind blöd. Er trifft, er trifft, er trifft, er trifft. Die Verteidiger hat er. Den findest du, sagt er, dass ich schaue alte. Hör auf den Ball! Hoi, 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 hoi! Oh, und wie er, hat ihn gesagt. Jetzt noch mal. Hallo, mein Name ist Ado Kiger, ich spiele defensives Mittelfeld. Ich treffe die Latte, weil ich es nicht kann. John Kran, Ausverteidiger. Und Henry zeigt euch, wie das geht. Ja, ich bin Bene, Innenverteidiger und seit Anfang an in dieser Truppe. Ich bin Nadel, der Trainer. Ich will den Heinz mal zeigen, dass es funktioniert hier. Ja, pass mal auf jetzt. Ich bin noch mit davor. Ja, ist das überragend. Ich bin Cedric und pumpe die Bälle auf. Ahhhh. Der kick! Kaube! Kaube! Kick! Kick! Kaube! Kaube! Wow! Yeah, man! Ah! 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 Ah!